Remake, 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 kopierte Scheiße, kopierte Maps, kopierte Waffen, oh Gott, ey. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen bei mir zurück auf dem Kanal. Setzt euch Augen gerade aus. Auf, Like, drücken. Das klang irgendwie, als wenn man irgendwo anders drauf drückt und der Hund kommt. Ich kann es sogar verstehen. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Season 4 steht vor der Tür und ehrlich gesagt muss ich euch sagen, das ist nach Season 2, Season 1 und Season 3 die vierte Season, bei der ich jetzt nicht allzu viel Hoffnung habe. Ihr wisst es, ihr wisst, dass Cold War für viele von uns einfach mittlerweile echt langweilig ist und das wird sich auch mit der Season nicht ändern. Ich sage es jetzt ehrlich und offen so schon mal. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf Battlefield freue. Und, weil die Frage kam und ich werde in einem separaten, sehr interessanten Video darüber nochmal eingehen. Ich werde selbstverständlich Battlefield behandeln, insofern es wirklich ein Game ist, was interessant ist, was man im Stream spielen kann, was man privat spielen kann. Wo man einfach auch bei YouTube ein bisschen mit Spaß hat, wo man privat ein bisschen Spaß hat. Es ist das erste Jahr seit, ich weiß nicht, überhaupt das erste Jahr, bei dem ich mehr Lust habe auf das neue Battlefield als auf das neue Call of Duty. Und wir sind gerade mal in der vierten Season vom aktuellen COD, was uns noch ein paar Monate erhalten bleibt. SBMM meiner Meinung nach killt einfach jeglichen Spaß. Jede Map, jede Runde, jede Lobby fühlt sich gleich an. Nichtsdestotrotz kriegen wir mit Season 4 ein paar neue Sachen und ich habe mir gedacht, ich werde euch die einmal vorstellen mit meiner Art des Humors zu ein, zwei Sachen davon. Und dann werden wir mal gucken, am Ende des Videos, ob diese Season zumindest dafür sorgen kann, dass wir so um die zwei Tage Spielspaß haben werden. Wir bekommen im Prinzip vier neue Maps, wovon ein, zwei, drei eigentlich remastered sind, die wir schon aus irgendwelchen anderen CODs kennen. Schwache Leistung. Die erste Map ist Collateral. Die sieht ein bisschen aus wie Satellite, ist eine Combined Arms Map, also 12 gegen 12 und eine 6 gegen 6 Map. Die Map haben wir, und das seht ihr hier auch so nebenbei, schon in der Roadmap gesehen, die Activision und Treyarch für uns wieder veröffentlicht haben. Dazu kommt Amsterdam als 2 gegen 2 und 3 gegen 3 Map. Auch die sieht gar nicht so schlecht aus. Ist aber auch wieder ein wenig innovativ. Und 2 gegen 2, 3 gegen 3, ich weiß, dass einige von euch den Modus genießen oder die beiden Modi. Für mich ist er nix. Dazu kommt Hijacked. Hijacked kennen wir wahrscheinlich alle. Jeder, der nicht erst letztes Jahr mit COD angefangen hat, hat davon schon mal gehört. Kommt als Remastered Map oder Remake Map auch im 6 gegen 6 Modus wieder zu uns. Genauso wie wir den neuen Gulag auch für Hijacked bekommen. Ja, die Freude hält sich in Grenzen. Mit SBMM fühlt sich auch Hijacked an. Jede Runde, wie die Runde zuvor, wie die Runde zuvor. Dazu bekommen wir noch eine Mid-Season-Map. Und auch Überraschung hier, haltet euch fest. Activision sehr kreativ. Rush. Rush ist im Prinzip eine Map aus Black Ops 2. Und wenn ich mich nicht komplett irre, war das damals eine DLC-Map. Das ist aber verdammt lange her. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn das falsch ist. Meiner Meinung nach ist es aber eine kleine Paint-Boy-Map aus der DLC-Black Ops 2-Zeit. Hat sich damals gut gespielt. Ich fand die auch ganz unterhaltsam. Ich bin es nur einfach leid, dass Activision einen Scheiß drauf gibt, was die Leute, die Cold War eigentlich wirklich noch zocken, so wie ich, überhaupt wollen. Wir bekommen für den Multiplayer auch verschiedene neue Modi und neue Waffen. In den neuen Modi ist One in the Chamber mit bei. Kennen viele von euch, mögen viele von euch. Ist ein cooler Party-Modus, macht auf jeden Fall Spaß. Und wir bekommen Multi-Team-Satellite-Link. Multi-Team ist ja im Prinzip einer der neuen Modi, die Treyarch und Activision zusammen für Cold War rausgebracht haben. Ich persönlich bin jetzt kein riesen Fan davon. Er ist gut, um zum Beispiel Gold auf den Raketenwerfern zu kriegen, weil man da eben ein paar Sachen machen kann, die man im Multiplayer schlecht bis gar nicht machen kann. Übrigens, wenn ihr Interesse habt, dass ich euch mal ein Video mache über ein Dark-Matter-Guide, wie ihr am schnellsten, einfachsten, besten, mit ganz vielen Tipps zu ganz vielen Waffenklassen Dark-Matter erreichen könnt, like da lassen und schreibt das immer in die Kommentare, Leute. Wenn das Zuspruch findet, werde ich mich da ransetzen, das ist aber eine Tagesaufgabe. Allein für die Aufnahme werde ich natürlich Tage brauchen. Hab aber, als ich auf Dark-Matter gegangen bin, natürlich einiges abgespeichert. Multi-Team-Satellite-Link ist im Prinzip eine Art Headquarter, würde ich sagen. Ihr müsst in euren Team einen Bereich einnehmen, einen Satelliten. Wenn ihr den eingenommen habt, kriegt ihr währenddessen Punkte und andere Teams müssen versuchen, euch von diesem Bereich wegzuscheuchen. Klingt wie Hauptquartier. Hauptquartier war ja einer der am meisten gespielten Modi in Modern Warfare. Könnte also für einige durchaus interessant sein. Ich finde ihn jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Allerdings ist dieser ganze Multi-Team-Modus insgesamt nicht wirklich hervorragend. Dazu bekommen wir eben Capture the Flag. Capture the Flag ist gefühlt seit Ewigkeiten nicht mehr in einem COD gewesen. Und schon seit Ewigkeiten haben wir keinen Capture the Flag mehr, was wirklich gut war. Dementsprechend freue ich mich darauf. Spielt sich mit Sicherheit auf den meisten Maps auch wirklich gut. Aber wie ich das schon eingangs sagte, und das kann man eigentlich überall ranhängen, mit SBMM wird sich auch Capture the Flag genauso anfühlen wie jede einzelne Runde. Und bevor hier Leute jetzt in Diskussionen ausahnden und sich darüber beschweren, dass Schäppi ja nur gegen Noob spielen möchte. Leute, wenn ich nur gegen Noob spielen wollen würde, wäre doch SBMM das geilste, was mir passieren kann. Dann würde ich mir einen Neffen-Account machen. Ich habe hier Code vorher auf dem PC. Ich habe es auf der PS5. Ich könnte über die PS4 spielen. Ich könnte mir noch tausend Neffen-Accounts machen und den ganzen lieben Tag gegen Leute spielen, die einfach schlecht sind. Das ist doch gar nicht das Thema. SBMM ist einfach das Hauptthema mittlerweile. Nicht mal mehr die Gegner, sondern dass ich in jeder Runde im Prinzip sechs Kreuze mache und Zusatzzahl angebe, wenn ich eine Lobby bekomme im normalen Multiplayer, die nicht mit einem 80er, 100er oder 150er Ping läuft. Und jede Runde seit Monaten, in die ich laufe, sind Leute mit einer LC10. Es gibt Leute, die wissen glaube ich gar nicht, dass Cold War mehr als eine Waffe hat. Zu den neuen Maps und Modi, die wir bekommen, bekommen wir natürlich auch wieder eine neue Streak, was auch absolut Wahnsinn ist. Die Handcannon, der Annihilator oder wie ich ihn früher aus Versehen mal genannt habe, den Analleiter. Und ja, ihr braucht jetzt nicht lachen. Ich weiß nicht, warum ich ihn so genannt habe. Ich habe gedacht, das spricht man so aus. Also, er heißt nicht Analleiter, er heißt Annihilator. Das ist Sarahs Spezialwaffe. Sehr stark gegen, im Prinzip Gegner, das sind One-Hits und sehr stark gegen Streaks. Also Bodenstreaks, die wir in Cold War irgendwie gar nicht haben und Luftstreaks. Wahrscheinlich wieder sechs oder sieben Patronen, die man als Spezi-Streak nehmen kann. Wird höchstwahrscheinlich auch zur Nuke wieder dazuzählen. Ist eine neue Streak. Warum das eine Streak ist, keine Ahnung. Dazu bekommen wir ein paar neue Waffen und auf eine dieser Waffen freue ich mich extrem. Und zwar die C-58. Das ist ein hoch schaden machendes Sturmgewehr mit langsamer Feuerrate, etwas mehr Rückstoß, aber wie gesagt mit richtig hohem Schaden. Klingt rein von der Activision-Beschreibung ein bisschen wie die Rampart oder ein bisschen wie die Manowar. Und jeder von euch, der schon mal Black Ops 3 gespielt hat, weiß wie die Manowar war. So eine Waffe fehlt uns in Cold War. Hier habe ich also wirklich Bock drauf und würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich zum Season-Beginn, übrigens Playstation 5-Spieler 30 Gigabyte, PC-Spieler 90 Gigabyte, wovon circa 50 Gigabyte nur Zwischenspeicher sind. Die Festplatten werden voll, Jungs. Macht euch bereit und löscht, was ihr nicht mehr braucht. Auf jeden Fall werde ich mit der neuen Waffe mit Sicherheit einen ganzen Streamtag verbringen können, um sie auf Gold zu spielen und werde mir dann denken, ja, das war es dann auch schon wieder. Dazu bekommen wir ein neues LMG und zwar das MG82 oder MG82 oder wie auch immer ihr es am Ende nennen wollt. Englisch, Deutsch ist relativ egal. Hohe Feuerrate, wenig Schaden, gute Mobilität. Klingt also eher wie ein LMG, was man relativ kompakt umhertragen kann. Es gibt dazu noch keine Gameplay-Leaks, also kann ich leider nicht sagen, wie gut oder schlecht sie nachher im Cold War Multiplayer performt und in Warzone automatisch. Dazu bekommen wir die OTS-9. Die OTS-9 ist im Prinzip eine SMG mit sehr, sehr großem Schaden und sehr, sehr kleinen Magazinen. Es gibt Leaks, dass das größte Magazin 20 bis 22 Kugeln und Magazinen nur hält. Das wäre für ein SMG natürlich extrem krass. Könnte natürlich aber auch so stark sein, dass man nach ein oder zwei Gegnern zwar nachladen muss, die Gegner aber automatisch gekillt hat. Und zu guter Letzt, was die Waffen angeht, haben wir für die von euch, die Nahkampfwaffen mögen, die Snipes Only, wird sich drüber freuen, Maze. Sieht ein bisschen aus wie ein Schlagstock mit so ein paar Spitzen unten dran, wie ein abgebrochener Regenschirm, hätte ich fast gesagt. Da gab es nicht so supergeile Images zu, aber auf jeden Fall Maze heißt das ganze Ding. Ganz viel Spaß damit. Ich werde es nicht nutzen. Und dann haben wir noch ein paar neue Sachen zu Warzone. Und Warzone hat ja mit Season 3 mit im Prinzip dem Re-Hole, also der Überarbeitung der bisherigen Verdansk-Map, schon ein großes Update bekommen. Diesmal ist also ein bisschen weniger dabei. Trotzdem ein, zwei Sachen, die eventuell für einige von euch interessant sein könnten. Überall auf der Warzone-Map wird sich Satelliten verteilen. Diese Satelliten stürzen ab, landen überall auf der Karte, also in Downtown sollen welche landen und am Damm sollen welche landen und überall. Und diese Satelliten, man nennt sich so ein bisschen an Fortnite damals, als die Meteoriten eingestört sind. Überall bei diesen Satelliten soll man auch speziell und seltenen Loot finden. Wahrscheinlich bessere Kisten und, und, und. Wie genau diese Geschichte jetzt aber weitergesponnen wird, ist noch nicht klar. Und vielleicht ist das nur meine Meinung, aber ehrlich gesagt, interessiert mich diese ganze Geschichte auch gar nicht mehr, die Activision und Treyarch da irgendwie von Season zu Season versuchen zu erklären. Ich komme da überhaupt nicht mehr hinterher. Ich weiß bis heute nicht, wer Adler ist. Und ich will auch ehrlich sagen, es interessiert mich gar nicht. Das ist so eine künstlich geschaffene Geschichte, die einfach gar keinen roten Faden hat und auch nicht wirklich interessant ist für mich. Zusätzlich kommt etwas, was schon seit vielen, vielen Wochen eigentlich geleakt und bestätigt wurde auch, und zwar die roten Türen. Diese roten Türen werden dafür sorgen, dass ihr in Warzone von Punkt A zu Punkt B transportiert oder euch transportieren könnt. Stell ich mir super vor, ich steige hier in die Tür ein, transportiere zur nächsten Tür und während ich dort aus der Tür komme, liegen da drei Claymores und vier Gegner, die auch schon bei den Fahrstühlen ja sitzen und warten und warten darauf, dass ich da durchkomme und mich dann direkt töten. Kann auf jeden Fall super cool werden. Red Door ist übrigens, für viele, die es nicht wussten, der ursprüngliche Codename für Black Ops Cold War in der Spielentwicklung gewesen. Das heißt, Treyarch, Activision, alle Studios, die daran gearbeitet haben, haben das Projekt Call of Duty Black Ops Cold War damals Red Door genannt. Als neues Fahrzeug im Warzone bekommen wir das Dirtbike und hier hat Activision geschrieben, dass es A, eine hohe Mobilität hat, das hat man jetzt bei einem Motorrad erwartet und dass man damit auch in der Luft noch seine Richtung kontrollieren kann. Klingt für mich also, als wenn man auch in der Luft mit dem Dirtbike ein paar Stunts machen kann und ich weiß jetzt noch nicht, ob die sowas wie Rampen extra mit einfügen, aber es gibt ein paar Orte, wo man zu 100% mit so einem Dirtbike mit Sicherheit irgendwie abspringen kann, dass man danach in den Fallschirm geht, einen Snipeshot macht und einen 360 und sonst was. Stellt mir auf jeden Fall cool vor, ist zumindest eine kleine Ergänzung zu den Autos, die wir bisher haben, die dafür sorgen kann, dass man zwischendurch ein bisschen Spaß hat. Es wird dann noch ein neuer Modus kommen in Warzone und zwar Payload. Payload besteht nur aus 40 Spielern, 20 gegen 20 wird es im Prinzip sein, höchstwahrscheinlich auf einem kleineren Kreis, so der vorletzte, der drittletzte vielleicht und beide Teams müssen jeweils eine Beta, also einen dicken LKW oder ein sonstiges Auto, von Punkt A zu Punkt B transportieren oder eben Versorgung auf dem Weg beschützen und das andere Auto in dem Fall zerstören. Klingt für mich erstmal interessant, ist glaube ich das erste Mal, dass Warzone in Warzone so einen Game-Modus integriert hat. Geht auch wieder Richtung Fortnite-Events, die wir haben, wo man manchmal 50 gegen 50 spielt, wo man sich in der Mitte der Karte trifft und gegenseitig auf die Fresse haut. Klingt auf jeden Fall erstmal witzig, wird aber auch wieder nur dafür sorgen, dass einige, die Warzone-Solos und ähnliches nicht spielen wollen, weil es eigentlich unspielbar ist, dort mehr Spaß haben, was dafür sorgt, dass die Hauptmodi in Warzone am Ende des Tages wieder überlaufen sind durch Skill-Based, Matchmaking, Cracks und es ist anstrengend und ja Leute, ihr habt es heute rausgehört, ich bin mittlerweile echt fast am Ende mit Cold War. Lässt sich nicht ändern, würde ich sagen, wir müssen noch ein bisschen durchhalten und dann noch ganz kurz und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe von Zombies keine Ahnung, ich habe zweimal jetzt im Stream gespielt, es war ganz witzig, aber ich bin glaube ich der mit Abstand schlechteste Zombiespieler der Welt, ich sehe auch noch aus wie ein Zombie, also das passt bei mir alles. Es kommt eine neue Zombie-Outbreak-Map und das ist Zoo oder Zoo, wie wir es sagen würden. Die wird auch später als Multi-Team-Map noch dazukommen, spielt nämlich in den Ural Mountains. Ebenfalls bekommen wir Mauer der Toten, das ist eine neue rundenbasierte Zombie-Map und mir wurde heute per Discord erklärt, die letzte rundenbasierte Zombie-Map ist schon sehr lange her. Für euch Zombie-Community, ich freue mich für euch, für jeden von euch, der Zombies gerne spielt, nur weil ich sage, ich tue es nicht gerne, heißt es nicht, dass ich was gegen euren Modus habe, ich gönne euch das. Also bitte hatet mich nicht wieder, weil ich letztes Mal einen Fehler dabei gemacht habe und ich habe auch einen Fehler gemacht bei, wie habe ich es genannt? Also nur um das zu erklären, ich bin ein Sony-Playstation-Kind. Ich habe die Playstation 1 gehabt, die 2, die 3, die 4 und jetzt habe ich die 5 mittlerweile. Ich habe keine Ahnung von Xbox. Xbox interessiert mich auch nicht. Ich habe noch nie verglichen, welche Konsole besser ist, weil ich die Sony-Playstation aus Gewohnheit kaufe und ich habe die Xbox One fälschlicherweise als Xbox 360 genannt. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, an alle Microsoft-Xbox-User, es tut mir leid. Aber ich habe keine Ahnung von Xbox und es ist mir auch egal. Wenn ihr sagt, das ist die bessere Konsole, freue ich mich darüber. Es ändert nichts daran, dass ich mir eine Playstation 5 gekauft habe. Also, nehmt es mir bitte nicht übel, auch mir passieren Fehler und ich stehe dazu, die Xbox 360 ist das alte Modell und die Xbox One ist das neuere Modell und das neueste Modell ist die Xbox Series S und die Xbox Series X. So, wenn da ein Fehler bei war, könnt ihr den behalten. Was sagt ihr zu den ganzen Änderungen, die wir haben, zur neuen Season? Meint ihr, wir haben mehr als zwei Tage Spaß oder steht ihr so wie ich am Straßenrand, zeigt Activision mittlerweile den Mittelfinger, weil ihr sagt, es ist euch sowieso egal, was wir wollen und hofft darauf, dass wir endlich eine Battlefield Alpha und eine Beta bekommen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Heute ab 21 Uhr, Leute, werde ich im Stream mit euch Deutschland gegen Frankreich gucken, es wird mit Sicherheit cool. Dadurch, dass wir Streamer natürlich die Bild- und Audio-Rechte nicht haben, können wir leider im Prinzip nur einblenden, wie der Spielspand ist, welche Minute das ist, wir können darüber sprechen. Das wird ein Versuch und ein Projekt und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich bin raus für heute, Deutschland gewinnt 2 zu 1, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.